1971 war die Welt in Bewegung, aber da bei uns war es, als würde sie stillstehen. Wir kämpfen für die Befreiung der Frauen. Ich fühle mich aber nicht unfrei. Wegen Frauen weinen geht es nicht vor. Wie fände ich, wenn ich wieder ein bisschen arbeiten würde? Ist das wichtiger als unsere Familie? Und ohne meine Zustimmung kann man auch gar nicht. So ist der Gesetz. Die Frau in der Politik, meine lieben Damen, ist schlichtweg gegen die göttliche Ordnung. Nein, ich bin nämlich für das Frauenstimmrechte. Zum Glück ist die Reimeine in den Ausschlaggebenden. Ich bin dabei. Ich bin im Kampf. In Italien streiken die Leute, wenn sie etwas wollen. Wir müssen unsere Vaginas kennenlernen. Die Eye of God. Was hat sie gesagt? Nichts, es ist etwas Blasphemisches. Ich finde auch vieles ungerecht. Und ich mache nicht einen solchen Aufstand. Wenn der auch nicht aufhört, dann nehmen wir mal etwas. Die Männer machen Gesetze. Aber die Betroffenen von diesem Gesetz sind wir auch. Wenn es eigentlich glasklar ist, wie himmelschreiendugrecht da ist. Für wen darf ich reservieren? Für das lokale Aktionskomitee, für das Frauenstimmrecht. Das Weib hat in der Gemeinde zu schweigen. So stolz sind die Bibel. Du sollst nicht Ehe brechen, steht auch in der Bibel.